Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich zusammen mit meiner Kollegin an der nächsten Station unserer Orgel Rätselreise durch das Dekanat Biedenkopf-Gladenbach. Letzte Woche waren wir in der evangelischen Kirche Hartzfeld. Meine Kollegin hat es leider verpasst und heute stelle ich Ihnen diese Orgel vor. Die heutige Orgel ist sehr minimalistisch gestaltet. Sie hat nur ein Manual, kein Pedal und die vier Register haben keinen Namen, sondern nur Fußbezeichnung. Der Platz hier reicht gerade so, um an der Orgel spielen zu können. Einen Film zu drehen ist schon eine große Herausforderung. Heute zeige ich Ihnen den Teil der Orgel, wo die Luft gespeichert wird, den sogenannten Balk. Wenn der Motor gestartet wird, wird die Luft hier reingeleitet und der Balk entfaltet sich. Um einen konstanten Winddruck zu haben, wird dieser Balk mit diesen Steinen beschwert. Und wenn mein Kollege jetzt den Motor anschaltet, können wir uns das anschauen. Ich spiele jetzt ein modernes Passionslied, Maranatha, Herr kommt bald, die Nummer 13 im IG+. Die erste Strophe spiele ich mit Flötenregister, acht und vier Fuß. In der zweiten Strophe kommt noch ein Vierfußregister dazu und im Refrain noch zwei drei Fußregister. An dieser Stelle verabschiede ich mich von Ihnen ganz herzlich. Wenn Sie wissen, wo die Orgel steht, schreiben Sie an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und musikalisch. E-Mail-Adresse. 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 E-Mail-Adresse.